Zwei Tore tun uns natürlich gut, Timo mit seinem Doppelpack hilft dann natürlich das Spiel auch einfach ein Stück weit gelassener anzugehen. Dann hast du noch mehr Mut, wir spielen dann One-Touch, haben eine Spielfreude entwickelt und dementsprechend dann auch einfach gut gespielt bis zum Schluss. Ja, es geht ja nicht darum, ob ich es nachvollziehen kann oder nicht. Ich finde es mal ganz grundsätzlich schade, weil die Teutonia es verdient gehabt hätte, das Spiel vor heimischem Publikum auszutragen und heimisch ist dann für mich trotzdem die Region Hamburg. Ich glaube in der ersten Halbzeit war man ein bisschen zu doll beeindruckt von allem, vom Tempo des Gegners, von der Ballsicherheit, von der Passschärfe, von der Atmosphäre, vom Tempo. Da hat es mir so ein bisschen gefehlt, sich einfach mit einfachen Tugenden auch zu wehren. Grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube das werde ich wahrscheinlich nie mehr machen, aber sagen, dass ich schon zufrieden bin mit der Art und Weise, wie wir es gemacht haben. Das Ergebnis tut natürlich weh und es ist natürlich nicht akzeptabel, aber im Großen und Ganzen wissen wir, wo wir herkommen und wir wissen, was wir dafür getan haben. Und ich glaube, im Großen und Ganzen können wir hier schon mit erhobenen Hauptes nach Hause fahren.